Hallo meine Lieben, Willkommen zu einer neuen Folge Star Trek Online. So meine Lieben, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt geht es weiter mit der nächsten Folge. Okay, wir sprechen jetzt mit Captain Henry Kim und schauen mal was er will. Ich habe ein paar interessante Dinge gefunden, die uns mit den Kabbali helfen können. Haben Sie nichts auf Ihren Seite? Ich habe gedacht, unser einzige Weg, zu wissen, was die Kabbali schlagen, ist durch die Vadwar. Wir müssen wissen, wo sie ihre Attacken fokussieren und dann warum. Das kann man etwas Licht auf die Situation geben. Wissen Sie, wie die Vadwar auf dem Schlachtfeld miteinander kommunizieren? Ja. Meine Krui war interessiert, warum unsere Signaljammers nicht funktionieren. Und wir haben gefunden, dass die Vadwar haben comm beacons in alle ihre Campen, die als ein Miniatur Subspace Array funktionieren. Sie können nicht schlagen, weil sie schilden sind. Und sie bieten alle die Vadwar brauchen für Kontrollen und Secure Kommunikation. Ingenieös, wirklich. Ich wundere mich, ob das Starfleet-Korps von Enginheer könnte etwas wie das für uns schlagen. Wenn B'lana hier wäre, wäre ich sicher, dass sie könnte. Insofern, wenn wir ein Trace auf einer von den Vadwar-Beacons stellen könnten... ...hätten wir Zugriff auf ihre gesamte Kommunikation. Genau. Als wir herausfinden, wo die Vadwar zu attacken, können wir den Kabbali reinigen und herausfinden, was, wenn sie nichts, sie schlagen. Es gibt vier Kommunikations-Arrays in der Trenches-Age. Ein Trace auf jeden von ihnen sollte die Enginheer auf eurem Schiff auf den Vadwar-Beacons stellen. Ich werde mich darum kümmern, die Signaturen an den Kommunikationsförderungen anzubringen. Das war 32 Jahre, seit Voyager zu Endeffekten. Wir haben gedacht, dass wir die Delta Quadrant verlassen haben. Wir waren falsch. Die Gäteways zu den Quadrant sind offen. Und die Entscheidungen wir gemacht haben lange-lasting effects. Jetzt werden wir helfen, die Freunde, die wir hinterlassen haben. Und kämpfere die Schmerz-Age. Der erste Schritt durch die Delta Quadrant war ein solitärer. Wir müssen zurückkommen, um alles richtig zu machen. Diese Zeit, wir müssen uns umgehen, um zu leben. So, dann machen wir das mal. Los geht's. Können wir eigentlich da wieder hinbiegen? Also, ich war gut. So. Okay, wo muss ich mal genau hin? Ähm. Da hin. Da toi. Okay, Leute. Eine Waffe. Entschuldigung. If you fall, weill. Das hier ist ja אחbet. Also, ich willan paarığını hier. So. So可是 irgendwas habe rauswor. Oh Mann. Was ist das? Es ist alles nötig bei dir. Feuer! Feuer! Okay! Okay! Dann... Sekretär... Regulationsverlangs checken hier, oder? Und so. Okay. Nächsten Koordinaten. Da dann! Können wir dem gehen? Ich verstehe leider nicht. Nicht gut! Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Äh! Ist unsere Ausrüstung so schlecht? Eigentlich nicht. Na gut! Ich kann mal in diese Richtung! Ich weiß nicht! 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 Who ist die woche? Oh nein. Was sind wir da raus? Was ist das? Was ist das? Soh! Soh! Der Haus ja auch! Oh, okay. Ay, caramba. Das war's. Es ist ein Schrapp. Es ist ein Schrapp. Und schnell wieder weg! Wenn ich von der einen Seite ein Gleichzeichen kriege ich mir so so ein Viech! Lass sie euch mal! Ich habe mein Geld! So, wir müssen in diese Richtung! Oh, da lag er! Okay! 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 Okay, ich bin. Soll ich sie ihn? Okay. Ich bin der Mann. Ah! Okay. 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 Los, vorschosen! Okay, weiter! Oh, man, is it always? Last thing here, last thing. Okay, well, it's not good. It's not good. I'm sorry. So, the point is to be going to be there. It's not good. They're going to be there. They're going to be there. I'm not going to be there. I'm going to be there. Was ist das? So, ich nehme mal die Signatur, hier. Okay. Vielen Dank, Savva. Hey, Moment, ich schaue eben zu den Kobalis rüber hier. Okay, die Bad Vohr haben den Kobali-Tempel in Susi angenommen, nicht die Stadt. Einverstanden. Ich werde mich zum Tempel übergeben und die Kobali zu unterstützen. Ja. Okay. Schau mal hin. Dass wir drüben noch ein Transporter-Bett. Vielleicht. Falls wir noch mal öfter ein Herbie müssen. Ah. Okay. Wollte ich gar nicht. Upsi. Wollte eigentlich nur schauen, was hier noch ein Fotopad gibt. Dass man sich ein bisschen herbeben kann, wenn man mal wieder am Versterben ist. Okay. Also, Tala. Über die Brücke. Auf geht's. monen. Um. So. Okay. Okay. Uzen, ich bin nicht fertig. Ich bin nicht fertig. was soll das hier im länder zu niedrigsten möglicherweise sollte ich mal überprüfen was soll das hier da noch schießt aber da wird die nahe sind Das Aufloch ist hierher. Hier gibt's Heilung. Da unten müssen wir. Wieder. Aufschalten. Bis zum nächsten Mal. Was ist denn da? Geh, 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 geh! Ich habe mich nicht mehr. Upsi. Nein, ich habe mich nicht mehr. Okay, hier zwei geht dahin, ich lock's hier ein. Ja, ich glaub, warum bist du da runter, ne? Genau. So. Was ist das? ja jetzt hier Was ist heute? ich werde im inneren des tempels der kubani auf sie warten ich würde sagen ihr macht mir vielleicht ein schnitt nächste folge tschüss und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020